Die klauen mir alles hier. Ich hätte da mal ein paar Türme aufbauen müssen. Das ist kein Wunder jetzt. Okay, ich werde mal ein paar Sachen verkaufen hier. Geht das schon wieder los? Die Lebensmittelarmut hier. Das verkaufe ich auch mal. Ach, und dann greift er auch noch mit irgendwelchen Krams an. Okay. Ja, ist das egal. Die sind ja nicht mal wirklich stabil hier. Nur aus irgendwelchen Gründen kriegen die gerade mal oder machen die mir wahnsinnig viel Schaden gerade mal. Was ist das denn hier? Ist das Quatsch? Das ist ja noch ein massiver Verlust jetzt hier. Warum auch immer. Das war viel zu viel Verlust. Oh, das ist jetzt uncool. Das ist der falsche Zeitpunkt überhaupt. Das ist der richtig, richtig falsche Zeitpunkt. Sehr ungeil, warte mal. Das ist komplett falsch hier. Das geht nicht. Mist, ich kriege das nicht hin, glaube ich. Gehe ich im Moment nicht von aus. Würde mich tatsächlich wundern. So, Rex, nein. Auf den da. Falsch. Ich habe keine Einheiten mehr, Mist. Ah, gut, dass ich gespeichert habe. Das war uncool. Das wäre sehr uncool. Woran lag das jetzt? Ich habe, genau, ich habe nicht früh genug darauf geachtet, dass ich da entsprechend hier mein Lager verloren habe. Hmm, okay. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Ja, sehr gut. Ich muss mir Leute nach oben schmeißen hier eigentlich. Das ist auch so ein Ding hier. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin bereit. An die Arbeit. Ich spüre, je länger und je mehr ich warte, desto schlechter wird das Ganze. Und jetzt wird sofort erledigt. Okay. Wir haben doch eine ziemliche Armee jetzt hier. Fertig, Boss. Okay. Sie sind der Boss. Die Kreaturen werden angegriffen. Das ist schon sehr uncool. Fertig. An die Arbeit. So eine Armeisen. Sie müssen so viel Stress machen hier. Müsst ihr halt ein paar taktische Geschichten haben im Sinne von, hey. Fertig, Boss. Rex wird angegriffen. In Ordnung. Äh, 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 hier. Strom-Explosion und solchen Quatsch. Problem ist, ich hau mich da immer nur selber um. Das ist immer so eine Selbstmordaktion. Rex Chance zu Ihren Diensten. Jetzt hätte ich angreifen wollen, ne? Glaub ich. So, aus letzter Sicht heraus. Das ist, glaube ich, so der aktuellste Plan. Was das jetzt so der Moment gewesen wäre. Ich, äh, ich warte noch mal ne Runde. Und jetzt? Ich hoffe dadurch, dass ich, dass ich, dass ich ein bisschen mehr Geld noch habe, um schnell auch neu nachzuproduzieren. Dass ich hier meinetwegen nochmal so einen neuen Tank aufkloppe. Das ist ein Terror-Check. Und von hier aus nochmal nachproduziere. So, als Idee zumindest. Und Rex steht ganz allein nach vorne. Ich hoffe, hier oben werden die verschont, wenn es ist. Ja, was rennen die denn jetzt auch hier? Ach, Brötchen, ey. Das ist auch Quatsch, was hier passiert. Mal ganz ehrlich. Zusammen könnt ihr es vielleicht hier hinbekommen. Auch uncool. Das neue Gebäude steht. Hallo, angreifen. Was machen die denn? Die machen mir einen Schaden. Gürtelfrosch. Vielleicht muss ich auch nochmal hier die Frosch-Geschichten nutzen. Die Kreaturen werden angegriffen. Nutzen und testen. In der Reihenfolge. 45 habe ich. Sind nicht genug. Die Frage, mache ich nochmal hier Nahkampf? Oder was mache ich überhaupt? Sie sind der Boss. Fertig, Boss. Hat der alle drei abgeladen hier? Sind jetzt drei hier oben, hoffentlich. Das ist mir jetzt der Plan. Rex Chance zu ihren Diensten. Kein Problem. Mach das. So. Ich werde nochmal speichern. Ja, auf dem gleichen, so. Hoffentlich passt das. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, da kommen sie jetzt wieder an. Das ist das Problem. Die Kreaturen werden angegriffen. Und zwar mit noch mehr als vorher wahrscheinlich. Bei dir hauen da wieder ab. Warum auch immer die das manchmal tun. Ich bin bereit. Rex Chance zu ihren Diensten. Sehr interessant, ob man die, äh, die Ameisen irgendwie aus, aus, äh, ähm, ähm, wie heißt das? Aus tricksen kann. Durch Luftangriff zum Beispiel. Wenn man irgendwas macht, dass man halt einen deutlichen Vorteil hat. Ich bin bereit. Okay. Ach nee, das ist ein Kampf gegen alle, oder was? Wird sofort erledigt. Okay. An die Arbeit. Das heißt, es ist ein Kampf gegen, 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 alles, was habe ich hierher umgeheucht. Das ist auch uncool. Was schön ist, wenn Einheiten sterben, dann sind es wirklich meine Nahkämpfer hier. Das heißt, ich kann dann quasi immer standardmäßig meine Nahkämpfer nachbauen hier. Und ich schicke die auch mal direkt hier hoch. Das scheint im Moment ganz okay zu sein. Und jetzt? Okay. Kriegst auch auch mitkommen. Das hat Hand und Fuß. Heißt auch, dass ich jetzt hoffentlich AeroTank mal kaputt mache. Weil der nicht so schlimm war. Die Kreaturen werden angegriffen. Na, die gehen jetzt mal hier auf die ganzen anderen Gebäude. Ich mache mir trotzdem den AeroTank kaputt. Fertig. Achso, die sind die ganzen, äh, die ganzen Viecher sind hier in der Gegenquist. Wird sofort erledigt. Ah. Da lässt der Quatsch jetzt schon wieder nach. Da ist ein blöder Teil dabei. Ich habe jetzt schon wieder massive Verluste. Oder zu viele, sehr zu viele Verluste. Ja, ach verdammt. Okay. Ey, was haben die denn alles bitte? Das ist ekelhaft. Und jetzt? An die Arbeit. Wir haben viel zu viele Einheiten. Mal wieder. Und ich habe wieder viel zu wenig Geld. Ja, was denn das ist da? Ah, ich stehe mir gerade oben. Ja, es ist schade. Es geht immer so ganz knapp. Ganz knapp nicht. Und so schnell komme ich nicht an Geld. Ob mir auch was zu machen. Um was Sinnvolleres. Rex wird angegriffen. Ja, ist ja gut. Und jetzt? Ja, Rex, ne? Kannst man sehen. Das war nicht erfolgreich genug. Überhaupt nicht. Kein Problem. Rex Chance zu ihren Diensten. Das war kein Stück weit erfolgreich genug. Kein Problem. An die Arbeit. Kein Problem. Das hat Hand und Fuß. Und jetzt? Okay. Rex Chance zu ihren Diensten. Nee, ich habe keine Chance. Kein Problem. So zumindest nicht. Kreaturen werden angegriffen. Rex ist gleich tot. Das hat Hand und Fuß. Wobei die gewisse Überlebenschance ist. Fertig. An die Arbeit. Wobei das eine Gornisse. Ich bin bereit. Was auch immer die genau macht. Außer mich. Ah, die haut mich. Rex Chance zu ihren Diensten. Na gut, was auch sonst. Kein Problem. Ah, Rex ist tot. Ja. Oh, es ist anstrengend. Wie komme ich da besser in die Basis rein? Worauf muss ich am besten gehen? Eigentlich müsste ich die ganzen Verteidigungsgebäude erstmal stehen lassen und einfach wirklich die Produktionsgebäude zerlegen, ne? Hätte ich mal behauptet. Rex Chance zu ihren Diensten. Wird sofort erledigt. Und zwar möglichst flott, wenn es geht. Die Kreaturen werden angegriffen. Fertig. Kein Problem. Okay. Und zwar möglichst sehr flott. Rex Chance zu ihren Diensten. Aber was ist denn das dann? Warte mal. Ich muss nur noch mal gucken. So. Das heißt, hier. Von der anderen Seite aus muss ich da rankommen. Von der anderen Seite aus. Das sind die beiden Gebäude, die ich zerlegen muss. Oh ja. Oh ja. Okay. Ich muss von der rechten Seite aus da rankommen. Damit der halt bloß nichts mehr nachproduzieren kann. Zumindest soweit zur Theorie. Ich bin bereit. An die Arbeit. Fertig. Wird sofort erledigt. Ja, ist ja gut. Rex Chance zu ihren Diensten. Der Kampf war vorher auch anders. Das war vorher auch zeitgleich. Spannenderweise. Dass das nicht immer alles exakt gleich läuft. Was auch durchaus logisch ist. Aber trotzdem spannend. Heißt, ich muss hier unten lang. Auch interessant. Da fehlt mir jetzt das Geld. So. Willst du dir jetzt mal jemanden aufsammeln? Da, ne? Sie sind der Boss. Genau. Hier, alle mal bitte sammeln. An sinnvollen Stellen vielleicht. Groß R. Da. Jetzt haben wir wieder einen Kampf von allen Seiten. Das ist blöd. Die Kreaturen werden angegriffen. Rex Chance zu ihren Diensten. Wird sofort erledigt. Das ist uncool. Und jetzt? Das hat Hand und Fuß. Kriegen wir das hin? Ich fühle mich mal nicht. Das ist ein Produktionsgebäude zerstören. Wobei das einigermaßen dauert hier. Ich bin bereit. Aber im Idealfall ist das sehr sinnvoll. Fertig. Kein Problem. An die Arbeit. Und das andere auch noch. Rex wird angegriffen. Im Idealfall bauen die da auch nichts nach von. Und dann? Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bezweifle es nur ein bisschen. Der ist schon wieder tot. Das hat Hand und Fuß. Wird jetzt erstens von einem Turm zerlegt. An die Arbeit. Er ist tot. Mist. Die Idee war gut. Ich muss nur in die Armee, die von außen kam. Die muss ich erst weghauen. Also im Prinzip müsste ich den Lillenden auch noch umklatschen. Können wir auch machen. Wobei ich dafür eigentlich nicht genug Geld habe. Und jetzt? Das hat Hand und Fuß. Die Kreaturen werden angegriffen. Das hätte zumindest einen Effekt. Okay. Das auf jeden Fall. Na komm. Wo ist mein Heliman hier? Fertig, Boss. Die Kreaturen werden angegriffen. In Ordnung. Fertig. Okay. So. Ich bin bereit. Wo ist er? Da. Kein Problem. Was macht er da denn ganz? An die Arbeit. Die Kreaturen werden angegriffen. Außer so dumm rumstehen. Einigermaßen dumm. Okay, haben sie es jetzt? Wunderbar. Eigentlich müsste ich jetzt direkt nochmal speichern. Jetzt wo der Kampf quasi... Ach cool. Okay, gleich... Ich bin bereit. Gleich speichere ich. Wird sofort erledigt. Die Kreaturen werden angegriffen. Ja, ich müsste das eigentlich hier zerlegen. Vorbei. Das ist halt alles dann teuer. Das ist mir zu teuer. Ich hätte gerne, dass sie sich schön regenerieren können hier. Ich bin bereit. Wird sofort erledigt. Fertig. Nicht nur irgendwelche Spezialleute. Äh, was macht der denn da? Okay. Wo ist mein Heli? Hallo? Die Kreaturen werden angegriffen. Achso, der eine ist durchgelaufen. Der Heli hat es verpeilt. Alles klar. Alles klar. Wir müssen mal hier... Na, 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 na. Halt, 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 halt. Und jetzt? Okay. Mal bitte alle kurz zurück hier kommen. Rex Chance zu ihren Diensten. Die Kreaturen werden angegriffen. Sind aber alles die gleichen, ne? Fertig. Kein Problem. Das sind alles die gleichen hier. Okay. Ich hoffe mal, das geht. Ich hoffe mal, das geht. Das wäre so schön. Bin ich in Überzahl? Ich bin bereit. Wird sofort erledigt. Rex Chance zu ihren Diensten. Nein. Die Kreaturen werden angegriffen. Ne, die anderen haben... Die Ameisen hier, dieses ist furchtbar. Das ist ekelhaft. Ja. Ich bin bereit. Wird sofort erledigt. Ich finde die blöd. Rex wird angegriffen. Fertig. Die Kreaturen werden angegriffen. Hallo. Nein. Runter. Runter, Kinders. Die hauen ab. Warum hauen die ab? Warum hauen die ab da hinten? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Und jetzt? Wollen die mir eine Chance lassen, oder was ist da los? Ich habe keine Ressourcen, verdammt. Kann ich die bitte mal aufsammeln hier? Hallo. Aufsammeln. Hä? Wie entladen? Da ist doch keine Kiste dran. Was willst du da entladen, wenn da nichts dran ist? Oh. Das muss wohl ein Fehler sein. Fertig. Kein Problem. Fertig, Boss. Sie sind der Boss. Ja, ich weiß. Das sagst du ständig. Was ist hier? Na, was ist da? Auf der Karte war was rot. Na gut. Sorgen die jetzt ernsthaft dafür, dass ich mich hier versammeln kann, oder was ist da los? Soll ich mich hier versammeln? Dürfen. Fertig, Boss. Da sind Ameisen. Okay, die kommen aber direkt zu mir, ne? Glaube ich. Die kommen zu mir runter. Okay, das ist interessant. Zumindest nichts uninteressant. Das heißt, ich könnte jetzt in der Theorie... Ich bin bereit. An die Arbeit. Die kommen echt zu mir runter. Das heißt, ich werde mich hier oben angreifen. Fertig, okay. Weil hier auch so ein paar sind. Die Kreaturen werden angegriffen. Um genau zu sein. Und jetzt? Kein Problem. Das war sehr zu viele. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay. Ja, es sind zu viele. Vorbei, ich überlebe bisher. Schon mal sehr schönes. Und lange keine Selbstverständlichkeit. Ich bin bereit. An die Arbeit. Das hat Tantum großen. Ah, es sieht okay aus. Du brauchst die Produktionsgebäude zerstören hier. Die Kreaturen werden angegriffen. Moment, der nervigste Teil hier. Fertig. Wird sofort erledigt. Okay. Produktionsgebäude. Sie zerstören unsere Gebäude. Ja, ist ja gut. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin bereit. An die Arbeit. Oh, ich hab das. Oh, ich hab das. Das hat Tantum Fuß. Oh, es ist in der Luft, äh, Dingsluss hier. Klar. Und jetzt? Wird sofort erledigt. Okay. Ja, das sieht aber gut aus. Nicht, nicht, nicht heldenhaft, aber okay. Fertig. Das hat Tantum Fuß. Rex wird angegriffen. Ja, das mit dem Heldenhaft, das muss man nochmal ein bisschen üben. Ähm. Ich bin bereit. Gebt mir jetzt auch gut, ne? Kein Problem. Rexmann. Der ist locker drauf. Klar. Ich hab nur keinen Nahkampf mehr. Das ist... Oder das ist mein einziger Nahkampf hier. Ich muss mal einen neuen Nachkampf ziehen. Ist hier was auf dem Weg, ja, ne? Sehr gut. Die kloppen das halt ziemlich schnell raus hier. Und jetzt? Das hat Tantum Fuß. Sie zerstören unsere Gebäude. Ich bin bereit. Wird sofort erledigt. Die Kreaturen werden angegriffen. Fertig. Okay. Rex wird angegriffen. Wird sofort erledigt. So, jetzt kriegen wir das aber mal hin hier. Rex Chance zu ihrem Dienstag. Jetzt, ah, jetzt wo die keine Produktionsgebäude mehr haben. Das ist super. Sehr angenehm. Sehr, sehr, sehr angenehm. Sehr viel angenehmer als vorher. Darf ich da nochmal anmerken. Ja, wunderbar. Das wollte ich die ganze Zeit. Das ist halt das Ding. Es dauert halt nur ein bisschen. Oder beziehungsweise man muss halt an der Stelle mehr per Hand machen. Mehr selbst sagen, ey, das und das darf und das nicht. Hier kloppen die sich. Ja, das ist okay. Ich muss nur Erster sein. Ja. Nee, das ist schon grob hier. Das ist schon uncool. Ich glaube, Türme bringen jetzt an der Stelle ziemlich wenig. Ich werde mal runtergehen hier. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich werde tatsächlich mal runtergehen. Fertig. An die Arbeit. Das geht halt überhaupt nicht hier. Und jetzt? Das geht halt null. Nicht, dass die mich dann doch noch irgendwie mal bedrängen hier. Lass sich trotzdem noch bescheid aus, wie die laufen. Reck's Chance zu ihren Diensten. Hm? Sofort. So. Problem ist, alleine kleckern die jetzt hier so massiv rum. Okay, das wird ein bisschen doof hier unten. Die Kreaturen werden angegriffen. Was kann ich für sie tun? Das sollte kein Problem sein. Ich bin bereit. Das ist jetzt echt ein bisschen sehr doof. Das ist halt so ein ewig langer Weg jetzt hier. Ich versuche, die ein bisschen nach oben zu ziehen. Hoffentlich verlieren die nicht das Interesse. Ja, der Ansturm stört ein bisschen. Sieht aber ganz gut aus. Das ist gerade mal ein bisschen bescheuert. So von der Vorgehensweise. Au. Sehr dezent bescheuert. Ups. Machen die das jetzt hier. Die Hilfen werden angegriffen. Die Kreaturen werden angegriffen. Machen die das jetzt. Ich möchte gerne meine Ruhe haben jetzt hier. Vor den Einheiten. Die sehen schon leicht bescheuert aus. Die sind sehr leicht. So haben wir es jetzt, bitte. Jetzt haben wir hier oben Stress. Alles klar. Aber hier unten ist es sicher, ne? Jetzt wird es mal sehr schön. Ach, wo waren die denn ganz? Haben die ja... Oh. Ach, das machen sie auch noch nebenher. Okay. Das wusste ich gar nicht. Dass ich die Basis zufällig auch noch angreife. Sehr lustig. Sehr lustig. Okay, das andere Gold ist auf weg. Gleich mal die Kohle. Diese Dramatik jetzt. Toll. Rex. Muss man hier oben wieder mit hin. Abreißen. Yeah. Diese Dramatik ist wirklich ein bisschen übertrieben. Hier passiert halt nicht mehr viel. Jetzt verfolgt sogar hier die einzelnen Leute da. Klar, warum nicht? Das zerfällt einfach so, oder was? Oder verkauft ihr gerade Sachen? Ich bin bereit. Auch nicht uninteressant. Aber die Wege sind wirklich ewig weit. Aber das da oben alles mit Flugeinheiten zu machen, wäre böse gewesen, glaube ich. Ach, da hat noch was. Der hat neu gebaut, oder was? Hat der neu gebaut? Das kann tatsächlich weg hier. Hat der andere neu gebaut da oben? Aber was ist da los? Das wäre ja ungeheuerlich. Okay. Ich hoffe, der hat nicht so viele neue Amazon. Weil die waren in der Wege teil. Ich gucke mal. Oh. Oh. Sind wir richtig? Doch, das sind viele. Die Kreaturen werden angegriffen. Oh, haben die so viele wieder. Rex Chance zu ihren Diensten. Wird sofort erledigt. Oh, haben die so viele. Die Kreaturen werden angegriffen. Hat der sich neu aufgebaut, oder was? Warte mal. Ich gucke mal kurz. Ähm. Da ist gern. Der hat... Was? Was? What? Oha, das wird blöd. Bei Verteidigung ist nicht noch aufgebaut. Oder die Türme sind nicht neu. Okay. Das wird ein bisschen blöd. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin bereit. Okay. Na gut, das kriegen wir hin. Gehe ich mal stark von aus. Ich brauche nur mehr Stiere. Ja doch, das kriegen wir hin. Fertig. Kein Problem. Und jetzt? Okay. Das war blöd. Fertig, Boss. Muss ich jetzt noch mehr verkaufen hier, oder was? Die bringen ja nichts. Die sind ja kein Geld wert. Tja. So viel dazu. Der hat halt noch einen Handwerker gehabt, ne? Würde ich sagen. Das sind aber zwei von den Teilen. Zwei Hauptgebäude hier. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay, der kleckert aber jetzt zu uns. Das ist unser Vorteil, wenn der zu uns kommt. Rext Chance zu ihren Diensten. Kein Problem. Glaube ich. Weil wir die Ankommenden, also weil nicht alle in einer geraden Front ankommen quasi. Wir die dann quasi schon mal von Anfang an so ein bisschen ansnacken können. Die Kreaturen werden angegriffen. Ja, ist ja gut. Ich bin bereit. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Ich werde trotzdem gleich nochmal speichern vorher. Rext Chance zu ihren Diensten. Wird sofort erledigt. Fertig. Die sollten sich ja hoffentlich nicht regenerieren. Weil das schon echt gute Einheiten sind. Und jetzt? An die Arbeit. Das sind die Armeisen, Viecher, irgendwas. Genau, das ist der Name. Hallo. Er hat nichts zu tun. Ich weiß, ich weiß. Was? Ich hätte gerne eine Übersicht über alle untätigen Arbeiter, falls es geht. Aber ich glaube, das geht nicht. Rext Chance zu ihren Diensten. Das wäre mir neu. Die Kreaturen werden angegriffen. Kein Problem. Ja, wir sollten ein bisschen überlegen sein. Ich bin bereit. An die Arbeit. Oh, die sollte auch ein bisschen am überlegen sein, je nachdem. Das hat Hand und Fuß. Wird sofort erledigt. Na komm, komm. Die Kreaturen werden angegriffen. So, ich muss mal hier unten langen. Fertig. Kein Problem. Im Moment ist es vollkommen egal, von welcher Seite ich komme. Oder käme. Ist wirklich egal. Oh, die haben halt nichts. Oh, oh, oh. Haben sie keine Ressourcen. Und jetzt? Das hat Hand und Fuß. War das gerade so ein Verzweiflungswurf oder was? Ich glaube, die haben keine Ressourcen mehr. Rext Chance zu ihren Diensten. Schreibt zumindest danach. Was war das für ein Angriff? Ich bin bereit. Kein Problem. Heißt zumindest, dass die KI nicht am Cheaten ist. Ist auch gut. Oder unendlich Ressourcen hat. Finde ich schon mal sehr löblich. Und jetzt? Ist auch nicht ganz selbstverständlich. Das hat Hand und Fuß. Na komm. Tja, der andere Schutzpunkt, der... Warum lebt er noch? Fertig. Na, ich will jetzt nicht weggehen. Ich meine, am Ende bringt mir das halt nichts. Das ist halt ein Bonus-Ziel. Da kriege ich keine Achievements für. Das gab es bei dem Spiel noch nicht. Auch in 2003 kam es raus. Da gab es noch überhaupt kein Achievements, soweit ich weiß. Da war das auf... Ich meine, auf keiner Plattform oder Gerät oder Spielgang und Gebe, dass man Achievements hat und macht. Mal so gesehen. Ist auch schon ein bisschen her, ne? Und jetzt? Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin mittlerweile doch was sehr Normales geworden. Yay, Splotch. Die Kreaturen werden angegriffen. Die kriegen das hin. Ja. Ich mag die... Die Rione. Allerdings... Das Einzige, was stört, ist, die haben zu wenig Leben. Angriff 28 ist ja in Ordnung. Vor allem halt gegen Gebäude sind die super. Das ist ja schon, äh... Schon nicht ohne. Angenehmerweise. Zählt das jetzt, wenn ich das mache, oder muss ich wirklich alles exakt zerstören? Das ist auch ein Gebäude, ne? Ich muss alles zerstören. Okay. Der Tank zählt nicht. Hey! Hooray! Sie haben meine Fabrik zerstört! Was haben Sie jetzt vor, Mr. Julius? Sie müssen sie aufhalten, Dr. Ganglion! Aber Mr. Julius! Ich bin Arzt! Kein Experte für strategische Tierkombinationen! Ach! Reißen Sie sich zusammen, Mann! Rex Chance mag vielleicht die ein oder andere Schlacht gewinnen, aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass er den Krieg schon verloren hat. Die sehen alle so lustig aus. Ähm... Okay, nächste Mission machen wir das nächste Mal. Bei Impossible Gritchers. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss! Tschüss!